hallo liebe seniorinnen und senioren aus punkstadt hier ist wieder wolfgang vom seniorenbeirat mit einem video aus unserer veranstaltung fit für foto wie sie im folgenden sehen werden müssen sie sich eigentlich keine notizen während unserer veranstaltungen machen das jeweilige video dazu sollte voll auf genügen sie müssen sich nur merken wie sie das hier auf youtube finden unser thema heute ist auflösung das wort auflösung geistert immer mal wieder vor allem durch prospekte und durch die fotowerbung meistens wird es dabei gerne falsch gebraucht dabei ist es ziemlich wichtig zu verstehen was das eigentlich wirklich bedeutet man sollte nämlich zum beispiel gefahr sich die falsche kamera für seine anwendung zu kaufen oder man kann auch wenn man man keine ahnung davon hat ein eigentlich sehr gutes bild beim ausdruck verschlechtern wenn man mit der auflösung nicht richtig umgehen kann deswegen beschäftigen wir uns zunächst mal mit dem was unser menschliches auge eigentlich so sieht das heißt wir müssen uns mal mit der sogenannten physiologie des sehens beschäftigen ich habe hier übrigens jetzt nicht den anspruch das wissenschaftlich exakt zu gestalten mir reicht es wenn sie als zuschauer ungefähr verstehen wie das funktioniert deswegen habe ich auch keine hemmungen manches vereinfacht darzustellen was sieht das menschliche auge da ist es in seiner vollen schönheit diesmal in gelb im gegensatz zu einer kamera haben wir im auge zwei arten von sensoren auch das auge erzeugt ein digital bild einerseits aus den sogenannten zapfen die die farbe ausmachen und den sogenannten stäbchen die im grunde um schwarz weiß sehen also den hell dunkel kontrast zeigen beim digital bild wissen wir das sind alles identische fotozellen und mehrere davon machen halt die farbe und die helligkeit aus wir haben mehr stäbchen als zapfen das heißt wir können den hell dunkel kontrast oder überhaupt die hell dunkel abstufung viel viel besser erkennen als die farbe so ist es nur einfach außerdem sind sie im gegensatz zu einem fotosensor ungleich verteilt in der mitte sind sie ziemlich massiv und auch gleichmäßig und zum rand hin wird das eher weniger weil wir halt unsere sehgewohnheiten nun mal so haben bzw die sind eine folge dieser ungleich verteidigung wir gucken im wesentlichen nach vorne und wenn wir dann schon mal um die ecke gucken und also ganz ganz an den rändern des seefeldes dann wird es halt auch ein bisschen unschärfer der bildwinkel den wir haben ist horizontal 40 grad ungefähr und vertikal 30 grad für scharfes sehen über diese eher unscharfe geschichte habe ich ja eben schon erzählt sehen wir halt noch ein bisschen mehr aber wie gesagt eben halt unscharf und im gegensatz zur kamera haben wir kein zoom objektiv drauf sondern das ist hier sozusagen ein 50 mm objektiv wir haben also zweimal eine fest brennweite in unserem kopf drin in form von zwei augen wenn beide eben heile sind die sogenannte akkommodation also der minimale dauersehabstand ist bei den meisten menschen etwa 25 cm wenn wir näher rangehen können wir das für ein paar sekunden halten aber spätestens dann ermüden irgendwie die muskeln und man sieht dann unscharf also 25 cm kann ich zum beispiel ruhig eine stunde mir angucken wenn ich mir jetzt sagen wir mal ein dokument oder ein buch irgendwas zu gemüte führe dann kann ich das durchaus stundenlang lesen ohne zu ermüden wenn man das mal so ein bisschen umrechnet mit diesen 40 bzw 30 grad und dem seeabstand von 25 cm dann kommt man darauf dass wir eine scharfe bildgröße von ungefähr 16 x 12,5 cm haben also etwa din a6 wie gesagt wir können ein bisschen mehr sehen aber das ist dann nicht mehr ganz so scharf also das ist das wo wir jetzt mal grundsätzlich von ausgehen können bei unserem auge die auflösung also das was wir sozusagen an unterschiedlichen punkten das sind ja auch alles punkte oder englisch pixel die wir da sehen beträgt für die mathematiker unter euch etwa ein bis zwei bogenminuten das also ein winkelmaß oder für die leute die er praktisch veranlagt sind bei 25 zentimeter abstand bildabstand können wir einzelne punkte noch wahrnehmen etwa wenn sie in zehntel millimeter auseinander sind dann ist schluss also 100 millimeter können wir nicht mehr unterscheiden aber zehn millimeter können die meisten von uns vor allem im jugendlichen alter problemlos noch unterscheiden das bedeutet umgerechnet auf so eine kamera wir haben 1600 spalten und 1250 zeilen also definitiv weniger als das was die meisten mit dem hd fernseher haben aber irgendwie funktioniert gut mich hat jedenfalls noch kein bär oder löwe gefressen offensichtlich war ich immer schnell genug und ja vielleicht sind sie mir auch einfach nicht begegnet wenn ich das jetzt mal umrechner diese 1600 spalten und die 1250 zeilen da komme ich tatsächlich nur auf circa zwei megapixel also unser auge kann zwei megapixel darstellen und nicht mehr und da wird natürlich sofort die frage auf poppen wieso brauche ich dann eine kamera mit mehr als zwei megapixel wenn mein auge gar nicht mehr ab kann ist doch im ersten augenblick mal ein bisschen verwunderlich ja gucken wir mal was man mit so einem bild alles noch weitermachen kann insbesondere wir können ja das bild was wir mit der kamera aufgenommen haben beispielsweise anschneiden wir können uns einen ausschnitt angucken und das ist wenn man gute bilder machen will schon fast die regel weil man beim fotografieren nicht unbedingt immer hundertprozentig genau das kriegt was man haben möchte oder weil einem hinterher zu hause einfällt Mensch da ist doch noch ein detail das möchte ich gerne rausholen ich zeige hier mal ein bild das ist eine sogenannte photovoltaikanlage zur stromgewinnung aus sonnenlicht es zeigt im wesentlichen hier diese solarzellen mit einer ganz feinen linien struktur und ich habe dieses relativ uninteressante bild eigentlich auch nur geschossen weil ich jetzt an dieser feinen linien struktur euch mal was zeigen möchte einen ganz bestimmten effekt also das ist das gesamte bild das ist scharf und wenn ich möchte könnte ich das auch zum beispiel auf 16 x 12 x 5 cm ausdrucken jetzt interessiert mich aber ein feines detail ich habe es hier mal rot eingezeichnet dieses hier das möchte ich ganz gerne groß rausholen wenn ich das mache kann ich das ja machen ich kann ja im bildverarbeitungssystem gehen kann diesen ausschnitt sozusagen wählen und anschneiden und dann sieht das so aus was man als erstes bemerkt ist irgendwie ist das ganze hier scheinbar nicht so scharf wie hier zumindest sieht es auf diesem bild schärfer aus als es hier auf dem ausschnitt aussieht das liegt schlicht und einfach daran dass ich hier natürlich diese hohe pixel anzahl die in diesem bild herrscht ja runter geschraubt habe ich habe ja nur ein teil davon genommen und habe ihn jetzt genauso groß dargestellt hier wie das originalbild und das ist völlig klar die anzahl der pixel verringert sich und jetzt sieht man hier aus den linien sind irgendwie so treppenstufen geworden da sieht man sozusagen die quantisierung die unterschiede von pixel zu pixel das bild wird also stufig wenn ich es anschließend diesen kleinen teil hier vergrößere vielleicht genauso groß wie das originalbild und wenn ich vor allem nicht mehr als zwei megapixel zur verfügung habe wenn ich jetzt 200 hätte dann wären hier genügend viel detail informationen drin so dass man das hier gar nicht sehen könnte aber hier sehe ich jetzt die folgen dieses zwei megapixel problems definitiv hat bei diesen maßstäben der anschnitt jetzt nur noch ca 133 x 100 pixel das sind also 0,013 megapixel also von den ursprünglich vorhandenen hohen auflösung ist nicht mehr als so viel geblieben von den zwei megapixeln lehre daraus wenn es irgendwie geht und die beleuchtung das vor allem zulässt sollten wir schon die maximale auflösung der kamera wählen damit wir in solchen fällen bessere chancen haben es halt nicht als klötzchen grafik darzustellen oder was noch besser ist gleich näher rangehen oder optisch zoomen dann habe ich diesen effekt nicht so oder zumindest nicht so in der stärke eine andere sache die wir uns mal rein ziehen müssen ist wir gucken ja nun so ein bild nicht unbedingt immer aus 25 cm an das macht man typischerweise bei einem buch was man in der hand hält oder bei einem dokument was man gerade in word ausgedruckt hat so DIN A4 mäßig das bringt man schon so in den minimalen betrachtungsabstand weil man es ja halt auch relativ groß sehen möchte auf der anderen seite wird man so ein buch nicht auf 10 meter entfernung lesen können weil da ist es einfach zu klein da wir nicht die möglichkeit haben zu zoomen mit unserem auge müssen wir uns überlegen was wir da machen können ja was passiert denn wenn wir den betrachtungsabstand mal ändern vor allem wenn wir ihn vergrößern ich mache mal hier ein kleines bildchen dazu diese junge dame stellt also unser modell dar hier ist ihr auge und dieses auge das ist darauf eingerichtet scharf zu sehen minimal bei 25 cm hier oben zeichne ich jetzt den abstand ein jeweils und hier unten die auflösung das heißt ich kann es mir leisten bei 25 cm abstand zwischen auge und ihr bild ein zehntel millimeter aufzulösen besser brauche ich nicht zu werden denn wenn ich besser werde sieht das auge nichts davon es kann ja nur maximal ein zehntel millimeter auseinander halten bei 25 cm entfernung also das ist das sozusagen die die augenlinien das ist hier diese ein bis zwei bogen minuten und die erzeugen hier halt genau das was ich schon auf den ersten folgen gezeigt habe 25 cm was passiert jetzt bei 50 cm da brauche ich einfach nur diesen linien zu folgen und dann sehe ich aus dem ein zehntel millimeter ist es hier ein abstand von zwei zehntel geworden also wenn ich jetzt ein blatt papier oder ein foto einen halben meter vor mein auge halte dann kann ich dort nicht mehr ein zehntel millimeter unterscheiden sondern nur noch zwei zehntel oder ein fünftel millimeter gehe ich noch weiter zum beispiel mal auf eine entfernung von 125 cm dann ist aus dem ursprünglich ein zehntel millimeter abstand jetzt plötzlich ein halber millimeter geworden und ja bei zwei meter fünfzig ist dann auch so einem zehntel millimeter ein millimeter geworden und sollte man sich vielleicht mal merken so als als faustformel ab 2 meter fünfzig können wir nur noch circa einen millimeter auflösen das heißt wenn wir jetzt dieses dokument oder das foto hinten mit einer viel viel größeren pixeldichte ausdrucken würden nützt uns das überhaupt nichts allenfalls dann wenn wir was völlig unsinnig wäre mit unserem auge wieder hier auf 25 cm rangehen würden aber dann würden wir natürlich von dem großen bild auch nur so einen kleinen ausschnitt hier haben wir müssen jetzt das ganze bild stückweise abscannen um überhaupt das ganze erkennen zu können wir müssen uns jetzt mal ein bisschen unterhalten über das thema bildgröße und die dazugehörige druckauflösung später dann nicht nur druckauflösung sondern auch bildschirmauflösung denn wir gucken uns ja bilder nicht nur wenn sie ausgedruckt sind oder wenn irgendeine bilder firma da was für uns abgezogen hat an sondern wir gucken uns ja auch im monitor an aber jetzt mal eben die druckauflösung noch mal rekapitulieren bei dem typischen leseabstatt von 25 cm können wir zum beispiel auf einem diener 6 blatt noch ein zehntel millimeter auflösen damit es keine probleme gibt muss der druck also auf jeden fall höher auflösen mit anderen worten besser sein als 100 pixel pro cm für das sogenannte optimum nur wenn ich das besser mache die einzelnen pixels nachher auf dem auf dem druck besser als ein zehntel millimeter auseinander sind also kleiner sind dann kann ich ein optimales foto oder optimalen druck machen nun habe ich das hier mal bezogen auf 1 cm schließlich bin ich ein guter europäer trotzdem hat sich international die größenangabe bezogen auf inch oder auf zoll durchgesetzt also die größenangabe macht man nicht in pixel pro cm sondern in dots per inch oder in pixel per inch und ein so ein inch das gleiche wie ein zoll hat 2,54 cm bisschen kompliziert das umzurechnen aber nach kurzer zeit gewöhnt man sich dran weil man eh nur drei vier verschiedene angaben für diese auflösung hat zur vermeidung von diversen störenden effekten wird meistens mit 300 dpi gedruckt das ist ein guter mittelweg zwischen optimale auflösung und nicht so viel dintelverbrauch oder was auch immer man benutzt also 300 dots per inch nun habe ich ja erklärt mehr als circa din a4 sehen wir nicht gleichzeitig scharf wenn wir jetzt zum beispiel ein a4 blatt hätten dann müssen wir das mehrfach mit dem auge abtasten damit wir alles scharf sehen das merken wir gar nicht mehr weil wir das so gewohnt sind wir merken nicht mehr dass wir jetzt fünf sechs mal hingucken müssen um das ganze blatt zu erfassen es ist uns ein fleisch und blut übergegangen weil wir das halt seit dem weiß ich was ersten lebensjahr vermutlich schon so machen natürlich damit wir alles scharf sehen können muss das ganze bild mit mindestens 300 dpi ausgedruckt werden es macht jetzt keinen sinn außer nur den innersten kreis da sozusagen mit 300 dpi drucken und draußen herum irgendwie das ganze unscharf gestalten das läuft nicht das können wir nicht machen dann würden wir nicht mehr natürlich sehen können jetzt schauen wir uns mal nicht ein leseabstatt von 25 cm an sondern wir nehmen ein leseabstatt von 2,50 m und wir wissen ja nach den letzten folien wir können hier nur circa 1 mm mit dem auge auflösen was bedeutet das jetzt für den ausdruck schlicht und einfach und ergreifend wir brauchen jetzt nicht mehr eine auflösung von 1 zehntel millimeter weil das ja nur erkennbar wäre wenn wir das ding uns 25 cm vor vor das auge halten jetzt haben wir ein plakat das eventuell jetzt zehnmal so groß ist über 25 cm abstand zum beispiel 160 x 125 cm und das bräuchten wir jetzt nur auszudrucken mit einem millimeter pixel abstand also bedeutend weniger als wir es machen müssten wenn wir halt das auf 25 cm uns angucken auf der anderen seite wenn wir jetzt so ein plakat haben vielleicht zum beispiel auf einer litfaßsäule gucken uns das in der tat mal aus 2,50 m an dann sehen wir das ganze wie gesagt mit einer auflösung von etwa einem millimeter jetzt dürfen wir natürlich nicht rangehen und uns das plakat auf 25 cm abstand angucken dann sehen wir nur noch ein etwas grobes bild was kaum noch zusammenpasst weil es dafür halt nicht gemacht ist wenn wir das machen wollen wenn wir es zulassen wollen dass sich irgendjemand so ein plakat tatsächlich auch nahezu mit platt gedrückter nase angucken möchte dann müssen wir das natürlich mit einer ganz anderen auflösung beglücken und das kann mal sinnvoll sein aber bei einer litfaßsäule vermutlich eher nicht also bei diesem großen plakat aus einer entfernung von 2,50 m würde jetzt ein 30 dot per inch druck ausreichen gehe ich in die nähe habe ich natürlich eine art klötzchen grafik jetzt mal eine kurze überblickseite was sind so die empfohlenen druckauflösungen in der praxis bei einem betrachtungsabstand von 25 cm haben wir wenn das bild optimal sein soll 100 pixel pro zentimeter entspricht 52 dpi oder rund 300 dpi wenn es nur passabel sein muss also vielleicht nicht für die große ausstellung die internationale sondern einfach so für den ausgebrauch reichen schon 25 pixel pro zentimeter würden 64 dpi entsprechen und das spart natürlich jede menge tinte und geht selbstverständlich auch ein bisschen schneller obwohl das vielleicht nicht heute bei den druckern heutzutage mehr das ganz große problem ist also ich mache jetzt mal einen unterschied zwischen optimalem und passablem ausdruck also hier mal diese tabelle hier unten jeweils das produkt dann der betrachtungsabstand und die empfohlene druckauflösung und ja das hatte ich praktisch schon einmal gesagt wenn wir jetzt ein ganz normales dokument haben so die nach vier irgendwie was eine beschreibung was auch immer oder ein foto minimaler betrachtungsabstand ist 300 dpi die empfehlung kann man nichts falsch machen gehe ich in einem betrachtungsabstand von 1 bis 2 meter also poster plakate vielleicht bis dina 2 reicht 100 dpi völlig aus es sei denn ich möchte mir die nase dran platt drücken und wenn die plakate noch größer werden als dina 2 dann reicht 50 weil ich dann nämlich mehr als zwei meter weg gehe wenn ich jetzt riesenplakate habe die so ein halbes haus irgendwie übertünchen also mehr als fünf meter komme ich schon mit 20 dort per inch klar sollte man sich vielleicht einfach mal merken eins ist natürlich klar es macht mir überhaupt keinen sinn wenn ich hier oben mit 300 dpi arbeite und mein foto die nötigen pixel gar nicht liefern kann wenn also die datei einfach zu klein ist oder das ding mit vielleicht nur 10 dpi aufgenommen ist das foto dann kann ich jetzt beliebig oft mit einer viel höheren druckauflösung ausdrucken es wird deswegen nicht besser also es muss dann mindestens 300 dot per inch haben schauen wir noch mal uns das thema an optimal und passabel wenn man das jetzt also mal im detail sich angucken möchte also nicht übersichtsmäßig wie über dieser tabelle ich muss ja nicht bei jeder anwendung optimal drucken und wie gesagt für eine schnelle skizze oder zur orientierung reicht zum papier sparen und drucker tinte sparen ausdruck aus ich muss nur wissen was ich will und wie ich das vor allen dingen dann erreichen kann hier mal das thema optimaler druck und jetzt nehmen wir mal an es gibt jetzt zwei haupt bildformate einmal das bild 4 zu 3 oder 3 zu 2 und dann gucken wir uns mal jeweils den horizontalen und den vertikalen wert an wenn ich 8 megapixel zur verfügung habe dann kann ich hiermit 33 cm horizontal und 24 cm vertikal nehmen 8 megapixel ist für eine heutige kamera wenn man sie neu kauft schon eher eine etwas große enttäuschung so gängige kameras vor allen dingen im bereich smartphone weiter liegen bei 12 megapixel häufig kriegt man bei guten kameras heute so 20 und spitzenkameras für die man dann irgendwie in geld kaka braucht liegen dann bei 60 aber ja so eine typische 20 megapixel kamera kann man ohne probleme wenn ich 4 zu 3 format nehmen zb micro four thirds kann ich ihn etwas mehr als einen halben meter horizontal und 40 cm nach oben nehmen und werde noch keinerlei schwächen auf dem bild erkennen gut bei 3 zu 2 sehen zahlen ein bisschen anders aus könnte euch jederzeit einziehen wenn ich nur passabel drucken will das sind diese bilder sind die natürlich ganz anders aus hier bei 8 megapixel horizontal 33 hier käme ich auf 131 also wesentlich größer und erst recht bei 20 megapixel komme ich auf über zwei meter statt nur auf einen halben meter also das ist schon ein relativ großer unterschied den wir da haben und diese optimale qualität ist natürlich nur nötig wenn wir alles bei 25 cm betrachtungsabstand total scharf haben wollen das ist aber wirklich nur bei dokumenten oder fotos im im fotobuch der fall ansonsten wenn ich behalte durch eine ausstellung gehe oder auf eine litwassäule angucke bin ich natürlich wesentlich weiter weg und dann gelten ganz andere gesetzmäßigkeiten gut wir gucken uns ja nicht nur ausgedruckte fotos an sondern eher im gegenteil die masse der fotos schauen wir uns auf dem bildschirm was heute noch so im wesentlich verkauft wird sind bildschirme die die hd norm also hd norm genau wie ein fernseher erfüllen es gibt mittlerweile auch welche die halt schon 4k machen oder sogar noch größere aber das ist der aktuelle standard und wir schauen uns mal an wie das auf so einem monitor aussieht es gibt monitore mit unterschiedlicher größe und wenn wir uns den pc zum beispiel ein laptop gekauft haben dann können wir diese größe leider nicht mehr ändern wenn wir uns etwas preiswerteren gekauft haben dann hat er halt 12 zoll und egal wie ich dran zerre es bleibt bei 12 zoll und wenn ich zu hause vielleicht einen stationären pc habe das habe ich hier gerade und hat er vielleicht 24 zoll und diese zoll angabe das ist immer die diagonale des bildschirms so hat zum beispiel 12 zoll bildschirm hat horizontal 184 dot per inch und damit 72 dot per zentimeter ja und 24 zoller hat halt schon 92 dot per inch und 36 dot per zentimeter ist ganz klar ich habe ja ein festes verhältnis bei einem hd bildschirm das verhältnis 1920 x 1080 und wenn ich die auf einem großen bildschirm auseinander zerre dann habe ich natürlich eine viel geringere pixeldichte als wenn ich das bei einem kleinen bildschirm machen ja also die hd norm habe ich gerade gesagt 1920 x 1080 pixel und selbst bei 12 zoll erreichen wir keine 100 pixel pro zoll geschweige denn bei 24 zoll also beim 12 zoll monitor habe ich ja gerade gesagt da erreichen wir 72 pixel pro zentimeter und nicht die 100 pixel pro zentimeter die wir für ja den besten entwurf bräuchten ja und bei 36 bei 24 zoll bildschirm aus dem größeren kommen wir gerade mal auf magere 36 dots per zentimeter fazit große bildschirme sind also zur beurteilung der fotoqualität eher nicht so gut geeignet gut was können wir machen wir können uns teure geräte kaufen die halt nicht jetzt nur die hd norm erfüllen sondern vielleicht 4k dann wird das ganze ruckartig etwas besser nämlich etwa doppelt so groß oder wir können einfach damit leben und bei der beurteilung zum beispiel jetzt von der schärfe oder der auflösung von so einem foto eben halt es auf dem bildschirm vergrößert darstellen dann muss die software das natürlich auch können was machen wir denn nun wenn wir ein bild aufgenommen haben weil wir dachten es soll in fotoalbum reingeklebt werden und da kommt irgend ein schlauer mensch auf die idee sagt ihr hier ich gebe jetzt 200 euro wenn du mir das ding genau das ist die gleiche aufnahme aber für ein plakat von einmal zwei meter machen kannst was machen wir dann dann müssen wir irgendwie uns überlegen ob wir diese auflösung die ja mit dem bild zunächst einmal verhaftet ist nicht rechnerisch einfach erhöhen können und ja wie macht man das wenn ich jetzt einfach das bild nehme und nur sozusagen hoch skaliere ist also einfach alles mal zwei nehmen mal drei oder was auch immer dann entstehen natürlich pixelige bilder nehmen wir mal an ich hatte vorher bei optimalem bild so ist so dass die einzelnen pixel wirklich in zehntel millimeter abstand zueinander hatten und ich vergröße ist das ganze ding um faktor 10 dann wird halt aus jedem dieser pixel mit dem zehntel millimeter durchmesser wird ein pixel mit einem millimeter durchmesser und ich bekomme eine eine klötzigen grafik mit zehn mal zehn einzelnen punkten also 100 punkten nicht schön aber ja der buchstaben des gesetzes nach natürlich vergrößert und das wollen wir eigentlich nicht haben denn so ein bild das sehe halt auf dem auf der litwassäule vielleicht nicht mehr ganz so gut aus auch wenn es keiner erkennen kann wenn das aus einer vernünftigen entfernung sich anguckt das ganze nützt uns jetzt nur herzlich wenig denn wir haben ja keine zwischenwerte ich stehe jetzt da und habe diese riesengroßen pixel nicht zehn mal zehn im ursprungsbild sind die ja nicht enthalten da ist ja nur ein pixel von da wir bräuchten also irgendwie sowas wie ein hellseher und ja real haben wir den nicht wir können natürlich bei der mathematik und bei noch ein paar anderen akrobaten etwas eine anleihe machen und es gibt raffiniert nämlich mathematische verfahren die in verschiedenen programmen realisiert sind und vor allem die kanten wieder glatt bügeln können oder texturen verwischen können die sonst zu pixellig werden da gibt es mehrere mathematische verfahren zu klassische verfahren die die meisten vielleicht kennen sie interpolation oder die schätzung oder auch sogenannte heuristiken ja und wenn man dann als bediener noch ein bisschen eingreifen kann dann kriegt man so sagen wir mal es nicht hundertprozentig hin und was wird ein bisschen besser neuerdings gibt es auch verfahren die methoden der künstlichen intelligenz sogenannte kai methoden verwenden die sind allerdings noch im experimental stadium es gibt schon einige die das auch schon verkaufen aber die sind nur ein bisschen besser als das was man hier oben mit klassischen mathematischen verfahren macht fast alle programme mit denen man bildbearbeitung machen kann haben heute derartige möglichkeiten mehr oder weniger gut trotzdem das ergebnis bleibt oft hinter den erwartungen zurück und der tiefere grund liegt einfach darin wir versuchen jetzt informationen bei der vergrößerung des bildes reinzukriegen die eigentlich gar nicht da sind das heißt wir müssen uns irgendeine vorstellung von dem bild machen sei sie nur mathematisch oder über künstliche intelligenzmethoden und die muss nicht unbedingt mit der realität übereinstimmen ich gebe mal ein beispiel dazu wir werden ein bild nehmen und werden es einmal optisch vergrößern also einfach nur auf dem bildschirm alles mal 10 oder so nehmen und dann werden wir mal einen mathematischen ansatz nehmen mit dem wir die sache vielleicht ein bisschen anders gestalten können das ist hier das eigentliche bild das habe ich mal aufgenommen müsst ihr mir jetzt einfach glauben das ist halt auf dem bildschirm sieht man das nicht so also die klassische 16 x 12,5 bei 300 dpi also dieses bild ist das was man maximal gut darstellen kann so und jetzt nehmen wir mal diesen ausschnitt hier oben und den machen wir einmal nur rein optisch vergrößert und dann einmal mathematisch vergrößert gucken wir uns den mal an also hier der reine die reine optische vergrößerung und man sieht wenn ich das mit dem faktor 10 vergrößere als ich den ausschnitt habe dass das ganze doch hier schon ganz schön pixelig wird sieht fast aus wie ein sägeblatt wo vorher alles glatt war also vergrößerung des originalbildes am oberen stern zacken und das wäre jetzt mit einem sogenannten bilinearen algorithmus vergrößert und man sieht dass diese zacken hier sauber mehr oder weniger sauber raus manipuliert wurden so hundertprozentig hat es nicht geklappt aber es ist wesentlich besser als das hier das kostet eigentlich nur ein bisschen zeit wenn das entsprechende bildbearbeitungsprogramm das verinnerlicht hat so dass man sagen kann naja es ist vielleicht nicht der weißheit letzter schluss aber es ist auf jeden fall nicht mehr so stufig zwar noch nicht vollkommen aber besser als nix das ist auch der stand der technik also wir sind durchaus in der lage auch bilder die vielleicht vergrößert werden müssen so zu behandeln dass es ein bisschen besser ist als so eine stufige einfache geschichte wir müssen uns darüber im klaren sein dass wir damit nicht alle ansprüche erfüllen können